Am vergangenen Samstag hielt Putin vor den Augen der ganzen Welt Nuklearübungen ab. Diesen Sonntag versetzte er sie in höchste Alarmbereitschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, dass westliche Länder nicht nur unfreundliche wirtschaftliche Maßnahmen gegen unser Land ergreifen, nämlich die illegalen Sanktionen welche allen bekannt sein sollten, sondern dass sich auch die Spitzenbeamten führender NATO-Staaten aggressive Äußerungen gegenüber unserem Land erlauben. Und deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef, die Abschreckungskräfte in höchste Kampfbereitschaft zu versetzen. Sogar sein Verteidigungsminister sieht besorgt aus. Er hat Nuklearstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Was bedeutet das? Die Alarmierung könnte eine Erhöhung der allgemeinen Einsatzbereitschaft bedeuten. Es könnte bedeuten, dass Streitkräfte, die für das Arsenal verantwortlich sind, Atomsprengköpfe aus dem Zentrallager holen, um sie an Orte zu bringen, an denen Trägermittel gelagert sind. Beispielsweise strategische Bomber, Teil der russischen Fernflieger. Es könnte auch die Streitmacht der strategischen Bomber betreffen. Oder es könnte auch bedeuten, dass mehr strategische Unterseeboote mit ballistischen Raketen eingesetzt werden. Oder es könnte zum Beispiel auch eine größere Anzahl strategischer Bomberpatrouillen bedeuten, etwas in dieser Art. Russische Truppen sind in Charkiv eingedrungen. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Aber ihr Vormarsch scheint nicht die direkte Invasion von Kiew gewesen zu sein, die sie sich erhofft hatten. Es ist jedoch nur ein Bruchteil ihrer Militärmacht eingesetzt worden, also könnte sich das noch ändern. Sky News hat bestätigt, dass es in der Südukraine thermobarische Raketen geben soll. Diese gefährliche Waffe, von der man weiß, dass sie in russischem Besitz ist, saugt Sauerstoff ein, um eine gewaltige Explosion zu erzeugen. Videos zeigen, wie ukrainische Soldaten fluchen, ich werde nie wieder russisch sprechen, wenn dieser Krieg vorbei ist. Das ist Beweis dafür, dass das Militär der Ukraine nicht kampflos untergehen wird. Die Ukraine hat zugestimmt, eine Delegation für Gespräche mit den Russen zum Standort nahe Tschernobyl zu schicken. Aber sie blieben stolz. Der Befehl von Präsident Putin, seine Atomwaffen in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen, ist eine direkte Drohung, diese Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. Ich habe dazu eine ganz einfache Aussage zu machen. Es wird eine weltweite Katastrophe sein, aber es wird uns nicht brechen. In Russland gingen landesweit erneut Demonstranten auf die Straße. Und zwar diejenigen, die die Propaganda durchschaut haben und den Krieg für falsch halten. Sie lassen sich von den unvermeidbaren Verhaftungen nicht abschrecken. Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft, Angriffe auf die Ukraine und Maßregelung in Russland. Es ist selbst für seine eigenen Leute schwer zu glauben, dass dies alles der russischen Verteidigung dienen soll. Weder die eigenen Leute noch der Westen wissen, warum der Präsident das tut. Das macht eine Reaktion auf die jetzt nukleare Bedrohung umso schwieriger. Diana Mekny, Sky News Moskau und die strengthenen sich umso Warte zu bringen. Tai die